Hallo ihr Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Minecraft.de Ich bin der gute Sachse und wir spielen weiter wo es gewittert wie Sau Jetzt ist eine frage soll ich rausgehen oder soll ich nicht rausgehen Ja aber könnte sein dass ich beginne noch Monster und ich habe letzte folge die Krühe geschlachtet Und jetzt machen wir züchten die Mir fehlen noch ein paar Leder und dann werden wir das was ich will machen weil das Übertrinklager Leder Dann mit Geschüchter oder was Du 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 ach du heilige grupo närme hash tue wo du auch du heilige die 1 Ja, das habe ich dir gesagt, ich muss mal aufpassen, wo ich langlage, weil davon einfach Kulpa! Ach du kannst ja vergessen es machen, aber das kann ich doch hier machen. Es explodiert! Ich habe Angst schon. Mami! Bellmier! Ich weiß noch nicht, das war Idee. Ohne Scheiß, irgendwas, explodiert ich nicht. So. Ich habe mich anders entschieden. Ich habe mich anders ein bisschen. Vielleicht so wieder effektiver, als ich jetzt so machen, wie ich habe jetzt gerade gemacht. Oh, dann habe ich etwas vergessen zu machen. Alter, Donuts wie Sau, leck mich am Arsch. So. Ich sage nicht, ich habe kein Eis nach oben gemacht. Na komm, gehen wir kurz nach oben. Wir sind gezwungen, das zu machen. Ach, wenn ich nicht will. Erde, Keule, Holz. Wir brauchen Erd. Genau, zweimal. So passt schon. Sehr schön. Yay! Das machen wir, das und das und das haben wir supergeil. Können wir schreiben in den Kommentaren, was ist am aller effektivsten, so dieser Kürbisse platzigen. So. Alla. 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 Hier. 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 Wollen wir verarschen. Hier. Yay. So. 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 Ich glaube, es soll werden am aller effizienten. Ich bin jetzt hier. Yo. Wie läuft bei euch. Noch eins und mehr haben wir leider nicht. Habe ich nicht genommen. Leider. Da müssen wir. Wir haben die Kürbisse. Ja lol. Wir haben ja 10 Kürbisse und ich habe nicht genommen. Super. Ich glaube, aus Kürbisse kann man auch Kürbisskuchen machen. Das würde ich irgendwann gerne machen. Aber wann kann ich euch nicht sagen. consecutive Kürbisse Kürbisse. Mimm. Moment, als ich hier sehe ich noch. Hab ich noch Bücher. What??? Hat mich ein paar Grübisse gerade gewundert. Hey, das könnten sie sein. Das sind alle. Zack, noch 14 Besser konnte ich noch nicht laufen Ich hoffe, dass es reicht Nein, reicht Es hat gereicht Als ob Knapp, aber hat gereicht Haben wir schon So bedingt zuechnen müssen wir nicht Jawohl, endlich Fertig Oh, jetzt nur Ja man, Spitzhacke So, dann haben wir So Äh, Brüder, Brüder, will ich nicht So Ach nun, 12 Sicher ist sicher Einmal mehr Weil sie sehr schon Paar sind gewachsen von Karotten Kartoffeln Aber man macht nicht später Das ist mir ein wichtiger Alter, die Ich glaube, so habe ich Das beste Platz Als ob Einer hat gewählt Eins Ob Einer war Jetzt zu viel Ich habe gedacht, wenn sie wechseln, dann würde ich auf andere Seite, aber leider nicht Ich weiß Ich weiß Ich weiß jetzt wie Wie Könnte sein, dass ich verliebe mehr Hier Hier So Effektiv Keiner Schade Drei Ja, lol Drei Helfen mir So viel Vielleicht ist es schon wieder nackert Oder was So viel habe ich schon wieder verloren Gekam Ja, das scheint so So Also Das haben wir Das Fragen wir nicht mehr Kürbisse Kürbisse Machen wir 20 Einfach Boom Fertig Ich glaube, das wäre am aller aller Effektivsten Zu machen Weil Wir bekommen mehr Kürbisse So Die verbinden sie nicht Es ist nackt und regnet nicht mehr Ja, geil So Und jetzt machen wir Einfach nochmal Jo Haben wir Und jetzt noch Ja, werden wir wahrscheinlich später gebrauchen Noch einen Platz Das wird wahrscheinlich für Melonen Aber theoretisch Ich weiß nicht, was mache ich in der nächsten Folge Wahrscheinlich Könnte es sein Dass ich gehe Auf dem Jagd Nach Vielleicht Hühner Letzte Woche Werde wahrscheinlich Nach Hühner Gehen Kühe Schafe Und Schweinen Schweine Werte einfach Muss ich sagen Schweine Werte einfach Machen Aber wenn jetzt kommen Zwei Hühner raus Ein Hühnchen raus Dann wird es saugut Das heißt Ich will nicht gehen Ja Jawohl Muss ich nicht Muss ich nicht Es ist rausgekommen Ich bin Ein Hühnchen Ich drehe um Du bist schon so gewachsen Super Die Kühne Über der hat auch Ja Jetzt Ich muss sogar wirklich helfen Eure Paarung Hatte ihr mich enttäuscht Das heißt mir sowas enttäuscht So Ich glaube Wir brauchen noch eine Truhe Muss ich machen Natürlich Muss ich machen Und ein Stück Erde Das haben wir natürlich Weil ich will das So ein bisschen Vergrößern Genau Da Da Wunderbar Ich weiß nicht wie ich das mache Was habe ich hier reingemacht Die Ah Okay Weizen mache Ich hier oben Was Was ist das für Scheiß So So Und jetzt machen wir so Oh Die Schade Heute geht's Das hat mir echt enttäuscht Ja Werge einer würde nicht mehr nach hinten latschen Und ich habe Hunger 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 Ah Ich habe noch hier doch Ich bin so blöd Einfach blöd Ich bin so blöd Jetzt kann ich laufen Wenn ich den einen Machen wir jetzt nicht mehr aus Wasser Wasser Ich brauch sogar Hilfe 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 So Ach du Fick Nichts Sitzt du mich nicht Nicht Lachen so das haben wir das werde ich nicht gebrauchen das auch das auch momentan kartoffel auch nicht das nicht das auch nicht das auch nicht mehr nicht mehr brauchen wir kein mehr ich habe geht da kann man ein bisschen effizienten 30 erst mal 30 Ah, hab ich noch Brötchen, weil ich war mit sauberem Hunger. So, jetzt bin ich voll, super. So, ne, das muss ich hier rein, alter, jetzt habe ich echt viel Essen, leg mir Arsch, er ist mir erreicht bis Ende des Tages, so, bevor ich gehe nochmal, äh, beende diese Part, will ich was ausprobieren, dann, das brauche ich noch, weil ich will die meine Spitzhacke erweitern, Leute, erweitern, so, verzaubern wir nicht, Spitzhacke. 1, 2, 3, bitte, sei nur Glück, effizient und, ja, ja, wohl, am ersten Mal, Glück, effizient, Dankeschön, danke, man, aber jetzt muss ich drei Level fahren, dann mach ich noch eine Spitzhacke, ich will die nächste Spitzhacke mit, äh, nicht effizient, ja, effizient wäre auch gut, mit effizient würde ich auch machen, aber mehr mit Halbarkeit, die zwei Spitzhacke werden mir wichtig noch, willst du mich verarschen, willst du mich verarschen, willst du mich verarschen, willst du schluss, willst du schluss, willkommen zur nächsten Folge, so Leute, das war's und wir sehen uns das nächste Mal, tschüssi, ciao!